Ich lauf mal lieber andersrum. Es ist Richtung 180 Süden. Da liegen auch Waffen, ne? Okay. waffe rum okay wenn du brauchen solltest was ist das so sparks also das wäre der letzte wenn es von links wir müssen aber richtung das bellen habe ich zum gar nicht gehört der läuft der schlägt abend abend hallo hallo doch schon wo er beide da haben wir synchron geschlagen es war recht zu dem klub geradeaus ja von meiner sicht doch nicht lauf daran vorbei bist du unter mir kommt da jetzt einer zu mir also ich höre nichts ja der läuft unter mir im wasser okay messer gerade wo meine andere brusche ich bin hier relativ ungedeckt er ja auch ja das ist quasi nur hinter dem wägelchen aber der schleicht klar der hat mich ja jetzt gehört nein nein ich sitze direkt am klub konntest du mich nicht hören doch ich konnte ich hören aber ich sitze direkt am klub aber er hat mich ja auch dann gehört hier auf der seite sehe ich keinen ich hasse diese diopter waffen ich jetzt weg bewege war das im streck bei mir gewesen klingt aber so als ob er sich verpisst hat so wie die krähen an gackern sind dann bewege ich ihn schon weg 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 ich krähen an gar keinen enden an gar keinen hier sind punkte okay auch ich meinte sie und freut Ja. Also er war unter mir, ne? Ja, von der anderen Seite konnte ich jetzt nicht gucken. Da ist... Punkte. Also wenn hier einer war, dann ist er nicht mehr da. Ja, hier ist auch nix. Ne, der ist nicht mehr da. Der ist auf jeden Fall unten gelaufen und hat gemestet und so. Ja. Durch den Matsch. Welche Richtung? 180, sagtest du? Warte, der... Ja, Süden. Wobei, wo wir jetzt irgendwo anders hingedreht haben, ne? 180 ist 180 eigentlich. Ja, hier nochmal zurück. Hier ist weniger. Ja. Ah, da ist noch eine Kruppe klug. Ja. 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 Also im Süden von uns ist das eine Bounty, im Osten von uns ist das andere Bounty. Ja, aber die haben jetzt beides genommen, also die zwei haben das ja jetzt genommen. Ja. Ja, orientieren sich Richtung Süden, kann sein, dass das andere Bounty rausgeht. Ja, der ist Richtung Süden. Ja, das ist Richtung Ausgang. Ah, Raben. Muss andersrum laufen. Oh, der ist raus. Und die anderen sind jetzt im Westen von uns. Ich glaube, er hat noch Kaffen. Wir sind ja noch im Compound. Da läuft einer. Da sind zwei Gegner hinter uns. Ja, bewegen wir uns erst, oder? Ja, muss ich sagen. Da ist der Ausgang. Die Sau hat sich immer von meinen Schüssen weggeduckt. Ja, habe ich gesehen, aber ich habe ihn getroffen. Ja. Weil ich habe geduckt, ich habe nämlich gerade Auslauf geschossen. Da hat es Bounty-Wechsel gegeben. Ja, das schafft er aber nicht mal bis hier. Nö, wir sind safe. Er hatte vor, abzuhauen. Ja, ja, der wollte sich rausschleichen quasi. Damit der nur noch eins hat. Weil es war bestimmt ein Team. Ja, es gab auch vorher einen Bounty-Wechsel. Also, er hat wahrscheinlich einen von dem Team gekillt und war ein Einzelspieler. Jetzt hätte ich mir eine Pampe gewünscht. Ja, echt? Ja, ja. Aber es ging jetzt auch. Marathon ist gar nicht so schlecht. Also, allein schon, weil die, ich glaube, 28 Dings drin hat. Ich muss ein Einzelspieler gewesen sein. Ja, ja, war ein Einzelspieler. Ok. Ja, 67 Punkte trotzdem rausgebracht. So, bin bei 7,5 dazwischen. Juhu. Was? Bei 7,5? Was? Dollar. Dollar aus. Ja. Gegner können von rechts kommen. Oh, okay. Ja, was ist schön. Ein Messer vom Rauch. Willens Lampe. Ich würde noch gerne das haben, das zu behalten, hey. Krach genug gemacht, hey. Ist auch ein Perk. Ist aber Krach genug gemacht. Okay, Richtung Süden müssen wir. Hast du gerade geguckt? Ja. 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 Ah. Scheiße. Weil der lässt mich hier hoch springen. Nicht fürs Fre... Südosten müssen wir... Ah! 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 Ja, ja. Wo? Osten Direkt daneben Vielleicht haben wir Glück Oh, das stimmt Oh, das stimmt Ich weiß Weiß Wo drauf? Ja, vorbei Guckt jetzt hoch Notversichtlich, weil ich etwas gehört Der ist so scheiße zu schüchten Der Kampfer zu schützen Der Kampfer und Also hier habe ich eine Türe, ne? Ich habe hier auch eine Türe Die Frage Soll ich hier unten noch setzen? Ja und am besten haben wir die Fenster Hier oben Hier sind zwei Fenster Und eine Treppe Ja, ich habe hinten auch die Fenster, wo wir reingekommen sind Ja Hier ist auch noch eine Tür Hast du was gefunden? Hier ist auch noch eine Tür Hier Ausgang ist im Osten Die sind sehr nah Die sind sehr nah Ich werde das Ich habe noch eine Tür Ach, die ist Ich könnte ja jetzt nur mal nach unten gucken, ob ich unten noch fallen sehe, aber... Ich glaube, die sind zu nah dran, wünsche ich mir das gerne. Also entweder gehen wir direkt raus oder müssen wir auf gut Lücke halten. Ja, weil die glaube ich dir am Fenster wegnehme. Das Fenster halte ich eher als die Treppe. Das ist jetzt an deiner Treppe. Ich habe nichts gesehen. Lass uns direkt rausgehen. Ob zwar nicht, dass wir so viel Glück haben, aber... Alter! Da bist du wieder nicht getroffen, ne? Ja, passiert. Oh, Mann! Mhm. Das ist ja passiert. Legst du nicht mehr um? Nix! Ich habe aber wirklich Glück. Können wir sehen. Du hast mich vergiftet. Ausgang. Montbar! celler zackern. Das ist ja nicht nur geflügt, wenn hinten... Nix. hier ist der Ausgang nach da oben okay haben wir schon mal einmal Benne noch gemacht so fehlt uns noch eins und noch ein Klops genau und zwei Pakte das müssen wir jetzt das müssen wir jetzt gleich machen können so 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 Untertitelung. BR 2018